Der C3 ist einer auf der Rampe, Leid, dieses kackspartige kleine Drecksding mit Mettlasern und Maschinengewehren. Wie redest du denn bitte über Ritter? Jetzt habe ich ihn erwischt, Charlie, den Piranha. Du sitzt Ritter gar nicht drin. Charlie der Piranha. Aber pass auf, Ritter ist hinter dir. Könnte ein Disney-Film sein. Weniger Prozent als du. Hast du Waffen im Rücken? Ja, also hinter mir ist immer gefährlich. Oh oh, eine Supernova steht da hinten, C3. Dann nehme ich Supernova Charlie-3. Genau die Kante Charlie-4, Charlie-5. Also oben bei denen ist ein Thanatos mit Stealth und Gauss. Ich renne mal die 5 und dann renne ich da hoch. Dass ich den mal irgendwie irgendwo trete. Wir machen die Punkte. Bumi ist eine King-Crip von uns. Ritter, bist du noch bei uns? Ich komme mal mit dir mit, Kleiner-Rosti. Halt mal die Thanatos unten. Den holen wir uns jetzt. Wieso bist du denn eigentlich... Wieso bist du in einem Crusader? Warum nicht? Hast du ein Problem damit? Ich bin fast nur noch an diesem Pfaffen hier. Diesen fürchterlichen Light vor uns. Alles daneben. Super Typ. Mein Gott. Siehst du, deshalb bin ich auch hinter dir hergekommen. Da ist ein Light im Mittelgang. Aber haut du ab. Da bist du schon. Nicht drauf. Oh, der Mid-Laser-Jingle. Den Körfern sich umgedreht. Alles gut? Der, der geht... ...schiften. Sieh zu, dass ich da hochkomme. Ja, lauf schneller. Was ist denn der andere? Der wird dir rechts rum sein. Und auf uns warten. auch umgängig um das sieht ziemlich gut aus umschließend auf mich weil du einfach so sexy bist da unten ist der javelin ich würde auch gehen auf dich schießen Ritter was nein ich bin runtergefahren sehr gut oh guck mal da die hauen echt von uns ab ne ja da ist der Thanatos Tantanos Tantanos ich spreche es immer falsch aus das ist ein Bravo hast du den Hügeling kaputt gemacht? ja ich würde diese qualmende Leiche gerade nicht identifizieren ich habe meinen Frust an ihm ausgelassen das ist völlig in Ordnung ich dachte dir geht es mit hinter den her was wir sind wir kommen doch C3 ist das eine UEV über dir? aber ich hau ab cool von uns cool lass die mal vor irgendwas schießt hier auf mich halt auch noch ne Supernova help me ich habe komische Töne Hilfe ich bin auf Echo da habe ich ein bisschen Rücken geschossen brrrr das hat er bereut und jetzt sterbe ich das bereue ich poor life choices aaaah ja oh mein Gott oh ich habe offenen Center mir fehlt ein Seitentorse ich habe ein offenes Bein ich habe aber erfolgreich den Schwanz eingezogen ich habe drei rote Quadrate vor mir gesehen und keiner hat die Ablenkung genutzt auf mahnen dann ist Hans Beider komm guck mich an muss noch was kaputt gehen ja sehr gut wo ist denn einer von euch ich vergiss es hör auf euch nicht zu schießen ich werde dich in Ruhe ich bin kaputt so beide da oben ne äh nicht mich angucken nein 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 Geh doch die Rampe hoch du Feigling da sind doch schon so viele oben ich warte doch ich kriege nur noch einen Happen ab wenn die runter kommen hey kommen sie nicht 6 IA Large Lifestyle im Rifleman 2C das geht gut da muss ich mal eben schauen was der alte Hauding so rausgehauen hat das kann man machen ja aber bis halt ja brüllen heiß ja ich bin auf 30% das ist ok heiß am brüllen ich bin auf 0% wer bietet weniger hm achso